Oh, und damit Willkommen zurück in Sword Twisted Insurrection. So, die Zone-Mission haben wir erfolgreich abgeschlossen. Na, guck mal her. Wir brauchen mal alle her. Die Vorbereitung hier. Mach die Visa fertig. So, das müssen wir zu unserer alten Basis hier zurück. Den Weg müssen wir uns nochmal frei kämpfen. Ja, der Gold-Tech ist auch ein bisschen sauer auf uns. Ein kleines bisschen. Hier ist so viel los wieder, ne? Viecher ohne Ende. Glow-Tech. Haut sie weg. Wir haben keine Zeit, Leute. Ah, Peacekeeper. Perfekt. Fackelt sie weg. Mitkommen. Verzeih, keine Zeit. Sehr viele Einheiten hier, müssen sie aufpassen. Immer auf die Peacekeeper drauf gehen. Mitkommen. Noch lange nicht vorbei, Leute. Noch lange nicht. Da kommt noch ein bisschen was. Ja, kommt mal halt der Einzelne an. Und das Roboter muss noch kommen. Kommt her. Kommt her. So, ein Dreier. Hat einen Krumm, warum ich jetzt wegfahre. Wird gleich ein bisschen lustig werden hier. So, jetzt kommen die GDI mit dazu. Die brasilieren hier ist mal alles weg. Nichts ist nicht lustig. Das ist überhaupt nicht lustig. Mitkommen, müssen abhauen. Erstmal alles sammeln. GDI ist auch sehr schnell. Müssen wir nachher hier unten hin. Was ist denn so unser Ziel hier? Problem ist, ist die hier antanzen. Das dauert. Okay, die Rattenordnung ist schon mal gut. Perfekt. Okay, ein bisschen Verstärkung von der GDI. Jetzt wird es ein bisschen ekelhaft. Als wir noch mehr kommen. Oh nein. Ja. Mit ein paar können wir uns anlegen. Verstärkung abhauen. Ach ja. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen mit der Mission. Da kommen von überall Einheiten an. Sei es GI, sei es Globotech. Da müsst ihr ein paar Einheit vorschicken. So wie gerade. Und ein paar Last hier zurück. Dann passt das auch. Ist so ein bisschen nervig, dass wir nachher ein bisschen länger warten müssen. Ja gut. Würde mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.